Ich habe Millionen und Milliarden. Eine Schlüsselfigur im milliardenschweren Bilanzkanal auf dem oberbayerischen... ...könnte sich Medienberichten zufolge in Belarus. Seine Spur hat es umgesetzt... ...mit dem gewerbsmäßigen Bandscheid wollen... ...der insgesamt auf unglaubliche 87,5 Millionen Euro Einnahme... ...Geld, Gier, Macht! Da! Jeder ist wichtig... ...und es anpacken... ...Jedes Mensch lebt und stöhnt... ...und keiner ist nix mehr... ...und keiner ist nix mehr... ...und dann die Sonne... ...dreize Sekunden schläft, der Kind. Für Kinder verhungern... ...in Teil der Welt... ...die Bilder im Fernseher... ...sie lassen uns schon langsam kreut... ...ja, lassen uns schon langsam kreut... Obacht vor, heilt die Sohle, dreite Sekunden, stirbt am Kind. Spätten, da wir alle, da fühl' man sich gut, mehr kann man nicht machen, wir sind ja eh nicht dort. Wir sind ja eh nicht dort. Wir sind ja eh nicht dort, wir sind ja eh nicht dort. Obacht vor, heilt die Sohle, dreizehn Sekunden, stirbt am Kind. Uh, 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 uh. Sohle, dreizehn Sekunden, stirbt am Kind. Mehr Bildung war's Thema, das ist allen klar, das wird was ändern. Ganz bestimmt in ein paar Jahren. Ganz bestimmt in ein paar Jahren. Weltwohl, heilt die Sohle, dreizehn Sekunden, stirbt am Kind. Zauberes Wasser, für uns ganz normal. Das müsste das Ziel sein, und zwar für überall. Das wäre wirklich uns egal. Wäre nicht egal, mein Freund hört die Sohle. Die Sohle soll's enden, wenn wir nicht reagieren, wenn wir zuschauen und immer mehr Kinder das Leben verlieren. Oh yeah, oh yeah. Und vor, heilt die Sohle, dreizehn Sekunden, stirbt am Kind. Amen. Amen.